hallo und herzlich willkommen und heute schon wieder mal was anderes diesmal ein auftragskommentar ich bin aufgefordert worden hier mal zu reagieren und deswegen rede ich mal über ein video von einem ser touch oder bass glauben kannst du in der kirche glaube ist nicht gleich wissen als ein seltsamer titel weil naja theisten haben ja generell ein riesen problem mit dem verständnis von glaube blindem glaube und wissen irgendwie kriegen das nicht auf die reihe er redet über ein buch eines irischen mathe professors also er der der islam apologet redet über das buch eines christapologeten und beide habe ich ja mehrfach kopfschüttelnd behandelt kritisiert und widerlegt bei beiden verstehe ich nicht warum das gehirn aussetzt und nur noch blubbernder blödsinn da hervorbringt das heißt beide sind nicht daran interessiert wie es ist wie es wirklich ist der doktor john lennox hier das ist ich meine es einerseits ein wirklich intelligenter und pedantischer mensch und dann plötzlich albern geradezu kindisch und naiv nämlich sobald es um seinen imaginären gott geht der ser touch oder bass ist chef einer kleinen islam firma die islam verkauft um sich verhält wie der sprichwörtlich falsche gebrauchtwagen verkäufer der alles sagt und tut nur um seine alten karren loszuwerden das video hier ist eigentlich überflüssig bin wenn ich mir das so richtig überlege denn es ist eine wiederholung nur mit anderen figuren es ist seichte kost jedoch naja ich bin hier schon wieder über ein katastrophale missverständnis gestoßen was immer wieder vorgebracht wird obwohl es ein fundamentaler denkfehler ist und deswegen werde ich das gleich mal klarstellen und hoffentlich dazu beitragen dass es nicht mehr verwendet wird meine hoffnung ob die berechtigt ist weiß weiß ich nicht aber warum redet ein fundamentaler islamist über das buch eines christapologen für mich ist es einfach nur anbieterung seht mal her ich kann das buch eines christen gutheißen weil der islam das dringend braucht wir müssen wir müssen verstehen dass der islam als politische ideologie etwas völlig anderes ist als herkömmliche religion islamisten wollen diese grenzen aber irgendwie verwischen damit sie eben nicht so so klar dastehen und dass es nicht so klar ersichtlich ist dass es eine gruppe mit politischem machtanspruch ist und daher die ständigen etwas dümmlichen betreuerungen das muslime ja jesus lieben das was sich nur leider als falsch herausstellt sobald man es näher betrachtet aber ein christ mit doktortitel mit seinem unwissen über wissenschaft und wissen allgemein das macht sich halt immer ganz gut und nur zum verständnis in seinem video john dennox the reason we exist and scientific proof of god sagt lennox dass blinder glauben eigentlich nur vertrauen heißt und in der wissenschaft eine sehr wichtige rolle spielt beides ist falsch sehr falsch sogar und zweitens ordentlich word means trust and it's important in science as it is in any other field blinder glaube ist sogar extrem gefährlich weil dann etwas ohne grund und ohne beleg geglaubt wird und trotzdem als basis für entscheidungen und handlungen dient und lennox beklagt sich dass die wissenschaften nicht alles erklären können das übliche naja ignoranz argument wie sollte etwas alles erklären können vor allem wenn götter glauben so vehement über jahrhunderte die wissenschaften blockiert haben und heutzutage forschen und hinterfragen menschen so ziemlich alles aber das geht erst seit kurzem und trotzdem gibt es immer noch menschen die sind halt denkfaul und zu bequem ihr gehirn mal zu fordern und die auf eine aussage ich weiß es nicht lieber einen imaginären freund bemühen statt das zu ändern in ich sehe mal nach so auch professor nennos er versteht nicht mal was hatte ist man wie ich das wort hasse aber naja die ablehnung unbelegter behauptungen vom theisten ist eigentlich alles was da drin steckt also diesen atheismus und was das eigentlich ist das versteht ihr nicht oder warum die aussage dass naturgesetze einen gesetzgeber brauchen dass es extrem kindisch ist er naja er hat halt ein raster und da wo weiße flecken sind da schiebt er halt seinen christengott rein und ist damit zufrieden ohne jegliches kritische denken lennox beschreibt sein buch wie ein kind das tun würde was nicht versteht dass wissenschaften menschen gemacht sind und lediglich ein werkzeug sind für einen bestimmten zweck er nimmt eine analogie die er ständig benutzt und die von nicht gläubigen menschen die lennox herausgefordert hat in den diversen debatten völlig zerfetzt und lennox geradezu gedemütigt wurde aber er lernt es nicht er bringt immer vor dieses ding mit der phlogiston was früher mal ein ding war was aber zeigt dass die wissenschaften selbst korrigieren sind religionen haben diese funktion nicht aber das ist ja genauso wie beim sattach oder was der ja auch schon so oft korrigiert wurde und nicht zuletzt von mir und es einfach nicht akzeptiert oder nicht akzeptieren darf um sein einkommen nicht zu torpedieren deshalb bringt er ja kindische und unbelegte behauptungen vor und wenn er herausgefordert wird etwas zu belegen naja dann kriegt das mit der angst rennt weg und hat nur noch eines zensur er redet jetzt über dieses buch hat die wissenschaft gott begraben von eben diesen professor john lennox ob dies jetzt die deutsche übersetzung des eben auf englischer gezeigten buches ist oder ein ähnliches wo das weiß ich nicht also ich habe beide bücher nicht gelesen auszüge kenne ich aber nicht das ganze ich weiß also nicht ob sie identisch ist auf jeden fall daher ist der inhalt aber ähnlich und ein beleg für die ignoranz von professor lennox wenn es um etwas wissenschaftliches geht das ist ein schlaues köpfchen mit der mathematik aber sobald es daraus hinausgeht ist es vorbei und das ist genau wie beim sattach hier der hat auch null ahnung sobald es um etwas wissenschaftliches geht aber er redet ständig darüber wobei im im koran in kapitel drei ja steht warum streitet ihr denn über das wovon ihr durchaus keine kenntnis habt das macht es aber trotzdem auch wenn es seinen imaginären gott der eigentlich sauer machen sollte namn weil weil ja alles was es ist ist dass mit einem hammer keine fensterscheiben geputzt werden können und deswegen ist die wissenschaft zu vernachlässigen weil sie ja nicht alles erklären kann und nicht die absolute wahrheit ist was ja nie die ziele oder die aufgaben der wissenschaften sind ebenso wenig wie ein hammer zum fenster putzen erfunden wurde wissenschaft ist für mich es ist forschung analyse und darstellung als erkenntnis gewinnen und zwar von natürlichen phänomen ohne vorgefertigtes ziel unter benutzung definierter und überprüfbarer prozesse ob das alles abdeckt weiß ich nicht aber mir genügt es um eben natürliche phänomene in der natur zu erklären sehr touch oder was versteht das aber nicht weil er durch seinen götter glauben eingeschränkt ist und fixiert ist wenn eine wissenschaftliche erkenntnis dem koran widerspricht ist dies zu vernachlässigen und dem koran muss vorzug gegeben werden es ist albern aber so ist es leider und deshalb stehen uns ja so irre viele gehirne nicht zur verfügung wenn es um die lösung realer probleme in der realität geht ich habe bereits mehrfach auf seine videos reagiert und die aspekte der wissenschaftlichen erkenntnis theorie der epistemologie die habe ich alle erklärt auch das genau das was er hier vorbringt daher ist es doch einfach nur albern und extrem unehrlich noch dazu sich ohne jegliche mentalen anstrengungen hier von einer gruppe zu setzen und so ein blödsinn zu verbreiten im dragil video letzte woche habe ich es zuletzt dargestellt und mit diagrammen sowie mit diesem hier untermauert es ist doch nicht so schwer wenn ich das verstehe dann kann doch jeder andere normal begabte mensch das auch verstehen dazu kommt diese irrsinnige behauptung dass die wissenschaften auf einem induktiven prinzip aufgebaut sind und dass es ein riesenproblem sein soll das habe ich ebenfalls mehrfach zurückgewiesen und ausführlich erklärt tag und nacht nicht in stein gemeißelt sind sie können revidiert werden neue erkenntnisse können alte erkenntnisse in den schatten gestellt werden was wiederum bedeutet jedes wissenschaftliche argument gegen die existenz gottes ist haltlos wie bitteschön kann jemand im 21 jahrhundert so ein blödsinn von sich geben wie wie geht das und warum lachen ihn die zuhörer nicht aus warum belehrt keiner diesen ignoranten und unehrlichen redner es kann mir doch keiner erzählen dass hier niemand merkt wie schwachsinnig das ist er verhellert sich verwechselt osten mit westen und geht dann so weit auch noch auf eine alte märchengeschichte zu verweisen nur um zu demonstrieren wie wenig er von wissenschaftlichen themen versteht und trotzdem darüber redet es muss doch auch mal irgendwann einem islam apologeten peinlich werden wenn er ständig vor allem von nicht muslimen ausgelacht wird wo ich fast am boden gelegen habe war die geschichte mit der wissenschaftlichen beobachtung dass die erde eine kugel ist was im koran so gar nicht steht und dort eine flache erde beschrieben wird weil sie so stolz aus ohne zu merken dass er eben dem koran widersprochen hat seine beispiele zeigen ohne dass er es selber merkt wie gut wissenschaftliche erkenntnisse abgesichert sind und das fehler durch interne prozesse korrigiert werden daher hat ja die wissenschaft ständig religionen und deren bücher korrigiert aber noch nie hat eine religion etwas wissenschaftliches korrigiert warum wohl und auf den quatsch dass wir von newton zu einstein gewechselt haben da gehe ich gar nicht erst darauf ein also aber wo ich doch dann schmunzeln musste war die zeitrechnung als er sagt dass ja x vor christus na gut also was immer wieder vorgebracht wird und ein kapitaler denkfehler ist den ich am anfang angesprochen habe also ich nehme um zu verdeutlichen meinen guten alten kaugummi automaten hier wenn ich frage wie viele kugeln sind hier drin dann sagt ein tee ist im brustton der überzeugung 218 weil so das volumen ausgefüllt wird daraus sage ich das ist geraten also glaube ich es nicht weil ich es ja auch nicht weiß und die wahrscheinlichkeit dass ein blindes raten das richtige ergebnis bringt sehr geringes es kann durchaus richtig sein klar nur ist es halt sehr unwahrscheinlich und darauf der t ist doch du musst meine erklärung glauben oder selber eine aussage machen so muss ich das nein muss ich nicht ich kann agnostisch bleiben und abwarten bis wir wissenschaftlich und mit empirie also mit erfahrung die kugeln einzeln gezählt haben erst dann lege ich mich fest weil es ja dann wissen ist weil ein wissenschaftliches vorgeben hier die wahrheit die unveränderbare wahrheit hervorgebracht hat die mit der realität übereinstimmt das heißt also für mich dass wenn ein tee ist eine aussage macht die etwas erklären soll und ich das nicht glaube dann muss ich als art ist nicht zwingend notwendig auch eine erklärung abgeben denn auch wenn ich das nicht tue stimme ich nicht automatisch der behauptung des tee ist zu ich behaupte auch nicht das gegenteil ich sage also nicht nein es sind 250 kaugummikugeln oder ich sage es sind keine 218 es sind weniger oder mehr nein ich mache keine aussage dazu weil ich es nicht weiß und bloß weil ich keine überzeugende erklärung habe ist damit die erklärung des tee ist nicht automatisch besser und schon gar nicht richtig denn derjenige der eine behauptung aufstellt der muss die auch belegen können ist doch ganz klar oder das ist etwas was viele theisten einfach nicht verstehen oder verstehen wollen das heißt dass ich wenn ich sage ich kann keine belastbare aussage machen zum ursprung des universums des lebens oder des bewusstseins dann ist das nicht automatisch schlechter als eine erfundene erklärung basierend auf einbildung und fantasie gestalten das ist obwohl lennox und oder was das gerne so sehen würden es ist leider falsch so klappt das nicht naja gut dann gegen ende kommt dann noch ein knaller anstatt jetzt christ zu werden weil lennox ihn so beeindruckt hat versucht er ganz im gegenteil christen eine auszuwischen und bedient sich eines zitats dass lennox naja gut bei griechischen philosophen irgendwo mal gefunden hat wonach tiere ihre götter nach ihrem eigenen aussehen erschaffen würden pferde die götter abbilden und malen in der gestalt von pferden rinder in der figur von rindern das heißt also lennox selber hat das nicht ganz kapiert da da ja irgendwie gesagt wird dass menschen unsere götter nach unseren eigenen erscheinungsbild herstellen in unserer fantasie halt und dann macht zum schluss hier serta den quatsch noch quetscher denn erstens hat er wohl den ganzen zweck von der jesus figur im neuen testament nicht kapiert die ja ausdrücklich in menschengestalt erscheint und auch so erscheinen soll dass da kann man sich diese macht er sich darüber lustig und vergisst er dass adam als erster mensch ebenfalls nach dem also laut laut islam texten zumindest nach dem erscheinungsbild des islamgottes hergestellt wird 30 meter groß das heißt der gott im islam ist halt 30 meter groß und sieht aus wie vier und damit schießt er sich ein eigentor weil es einfach nicht versteht naja gut das kann halt schon mal passieren wenn der islam virus alles rationale logische und kritische denken ausschaltet das war es als meine reaktion zu diesem video von sattach oder was so 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 Vielen Dank.